9.927.511 Euro und 60 Cent. Boah, das ist eine Summe, ich könnte erst mal gar nicht... Ja, es ist eine Menge Holz, deswegen haben Sie gleich drei Autos bestellt, ne? Das ist nur einer davon, oder? Nein, nicht drei Autos, ich habe den gekauft, noch für schöne Wetter, noch für die Neider. Und ich habe für den Alltag eine geholt. Für den Alltag? Ja, so ein Porsche. Aber richtige Porsche, nicht normale Porsche. 911 Turbo S2, den bauen die nicht, das ist der Stabist und das schnellste Auto in Deutschland. Okay. Der hat 1000 PS, der hat 600, aber der killt ihn ab. Aber Sie sagen, Sie brauchen die eigentlich nicht, Sie haben die Autos nur für die Neider. Den brauche ich eigentlich überhaupt nicht, wofür? Aber ich erzähle ja gleich meine Geschichte, warum ich den geholt habe.